Die Corona-Krise hat natürlich auch große Auswirkungen auf die Kunstszene in Perchtolzdorf gehabt. Viele Veranstaltungen konnten nicht stattfinden oder nur im begrenzten kleinen Rahmen. Aus diesem Grund hat Perchtolzdorf TV gemeinsam mit der Marktgemeinde Perchtolzdorf und dem Land Niederösterreich die Livestream-Events Wir spielen für Perchtolzdorf ins Leben gerufen. Dabei treten Künstlerinnen und Künstler in der Burg auf und wir liefern Ihnen dieses Kulturevent Freihaus zu Ihnen nach Hause. Genießen Sie also diesen Kulturakt in Ihrer gewohnten Umgebung, beispielsweise in Ihrem Wohnzimmer. Wir starten diese Livestream-Events am Donnerstag, den 13. Juli um 19 Uhr mit einem Konzert der Perchtolzdorfer Gruppe Tramless Unlimited Sita. What? No matter what day come to me No matter what day you see now See all your friends are gone and all mistakes are done Vier außergewöhnliche Ladies haben sich da zu einem tollen Quartett zusammengefunden. Die Zitter-Virtu sind Monika Kutter und ihre Schwester Barbara Leister-Ebner, Sängerin Christine Bachler sowie Taktgeberin Maria Klebl am Schlagzeug. Außergewöhnlich ist diese Formation und speziell ist das Programm Jazz, Soul, Klassik und speziell für die Zitter komponierte und arrangierte Musik. Musik 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 Musik